Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Until Dawn Replay Part 7 und wir waren gerade der Mike. Ja, im letzten Part sind wir mit der Jazz geflüchtet vor so einem gruseligen Viech. Ihr wisst, was ich meine, ja. Eigentlich kann ich es ja sagen, es ist ja ein Replay, also es war der Wendigo. Und ja, jetzt sind wir hier. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Ja, tut mir leid. Ja, ich muss ein Feuer für die Jazz machen, weil ihr kalt ist. Okay, gucken wir mal. Alles klar. Wollen wir jetzt weggehen? Hä? Hallo? Hä? Ja, mach ich doch. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Alles klar, meine Taste hat gerade nicht reagiert. Jetzt ist der PS4-Controller schon kaputt nach einem Jahr oder so. Alles klar. Okay, ja, sehr schön. Ja, wir hätten Licht, aber wir brauchen Feuer. Okay. Da hatte ich wirklich einen Jumpscare erwartet, ja. Aber okay. Okay, wir brauchen erstmal Holz. Ist ja logisch. Das Holz sieht schon... Okay. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Das Holz sieht einfach schon voll verkohlt aus, aber okay. Hier habe ich immer einen Jumpscare erwartet, so am Fenster. Aber da kam keiner. Fand ich irgendwie lustig. Okay, wir haben ein Gewehr. Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Erschrecken. Hände hoch! Zeigen. Sieh dir die Waffe an. Ähm, ich glaube, ich habe letztes Mal zeigen gemacht. Ich würde sie gerne mal erschrecken. Ich würde gerne wissen, was passiert. Aber dann komme ich nicht mehr zu der romanischen Szene. Und ich bin unscharf. Hey Leute, was geht's? Hier sind alle Eletricks und so. Hallo? Wunderschön. Okay, ich habe übrigens eine neue Frisur. Seht ihr aber nicht wegen meiner Mütze. Toll. Okay. Ich weiß nicht, was soll ich machen. Erschrecken. Ja, ich mache einfach Erschrecken. Hände hoch! Die sind festgefroren. Nimm die Hände über den Kopf. Ich verpasse dir gleich eins auf den Kopf, wenn du weiter mit dem Ding auf mich zielst. Leistest du Widerstand? Was, wenn das Ding geladen ist? Mach's recht. Michael! Leg es weg! Äh, ähm, ja Ma'am. Gib nicht zu sehen. Weiter gehen. Alter. Man kann es noch ein bisschen übertreiben. Was ist denn da los? Native American. Myths and Legends. Alles klar. Ist es etwa ein Mythenakte sein Haus? Mythenakte? Guck mal gleich mal. Okay. Gucken wir es mal an. Ganz schnell. Das ist nämlich richtig viel Text. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Aber okay. Kann ich die Tür ja aufmachen? Okay. Alles klar, dann schauen wir mal nach Streichhölzen oder sowas. Oh, bin ich gerade erschrocken, Alter. Okay. Ah, ich bin unscharf! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Alter, vier fucking Handys in einem Jahr. Pass mal mehr auf dein Handy auf, Mann. Ich hatte mein Handy fünf Jahre. Fünf fucking Jahre, okay? Oh, Streichhölzer. Ausgezeichnet. Luki, Luki. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Original von Mythenakte. Kriegt man auch nicht alle Tage? Okay. Ähm, schauen wir mal weiter. Schöne Wohnung. Nicht aus, dass ich hier mit dem Nackten hatte. Hier ist, glaube ich, sonst gar nichts mehr außer das hier. Das ist hoch. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich habe es gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Das kann gut sein. Ich bin die ganze Zeit unscharf. Leute, ich bin die ganze Zeit unscharf. Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Das tut mir wirklich leid. Aber ich muss halt immer auf die Cam gucken, ob ich gerade unscharf bin. Wahrscheinlich, weil es halt so dunkle in meinem Zimmer ist. Richtig behindert. Oh, okay. Ich bin doch scharf. Okay. Was haben wir hier im Bild? Oh. Aha. Angela Merkel, als sie noch jung war. Nicht schlecht. Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invasion 2013. Nicht schlecht. Aber nur Bronze. Einige schon schlecht. Aber okay. Gehen wir mal hier rein. Kann ich das Licht anmachen? Kann ich überhaupt irgendwas machen? Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Mühtnackte, was hast du da mit dem Wendigos getrieben? Ich finde es nicht lustig. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Wenn man als Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wer küsst seinen fucking Schatten an der Wand? Wenn die Frau ihre Schenkel um die ihres Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Alles klar. Mann, verdammt! Weg, weg! Hey, verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Alles klar. Mühtnackte, ich finde es langsam nicht mehr lustig. Komm jetzt mal raus. Mühtnackte, bist du im Klo? Hallo? Ich glaube, er ist tot. Scheiße, Alter. Voll gruselig hier, die Hütte. Und das soll ein Liebesnest sein. Alter. Okay, ich gehe zurück. Dann gehen wir mal zurück, Mike. Es wäre voll geil, wenn da was vorbeirennen würde oder so. Es wäre irgendwie voll gruselig. Tschüss. Und ich bin noch scharf. Ausgezeichnet. Okay. Hey. Sexy Lady, hast du Bock auf dem Feuer? Dann schauen wir mal genau hin. Noch ein Streichholz. Alles klar. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, meine Lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Äh. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich irgendwie. Ich bin noch nicht so weit. Willst du mich verhorchen? Wieso nicht? Beruhigen. Was ist los? Verführen. Lass uns rummachen. Ähm. Ich mache jetzt mal das komplette Gegenteil, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich habe sie beruhigt. Jetzt verführen wir sie mal. Vielleicht müssen wir einfach den Sprung wagen. Weißt du? Wie ein Sprung in den Swimmingpool. Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Äh. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Hört deine Flamme nächstes Jahr dieselben Sprüche, wenn sie meine Initialen im Baum sieht? Autsch. Ich habe es vergagt. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Ähm. Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz. Wirklich. Alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Fensterläden zu. Oh nein. Okay, aber da ist ja zum Glück niemand. Ja gut. Das wird wohl nichts, dass sich die Jazz auszieht. Äh. Ja. Ich habe es verkackt. Ha. Okay. Alles klar. Dann machen wir einfach mal die Fensterläden zu. Einmal Tomate. Komm schon. Und einmal Zwetschke. Ja, zweimal Zwetschke. Ach, ich bin heute geistig behindert, Alter. Was für ein missgewürdiger Part. Die Läden sind dicht. So. Wo waren wir? Tut mir leid. Hm. Sorry. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Behindert. ...durch den Wind. Und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und... Was? Was durchzuziehen? Also... Ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das. Aber eigentlich... Ich will ehrlich sein. Ich bin... Schwul. Eigentlich ziemlich unsicher. Beruhigend. Du bist super heiß. Abschätzig. Klingt kompliziert. Äh. Ja. Mach mal beruhigend. Wie auch beim letzten Mal. Das kann ich dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber... Du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake. Aber... Es ist echt. Ja. Ich schätze schon. Ja. Und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja. Auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hä? Oh, shit. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Schlag mal. Mythenakte. Er ist doch noch da. Hä? Mythenakte. Das geht nicht. Ich hatte fast Sex. Okay. Ich hatte fast fucking nochmal Sex. Mit meiner Freundin. Ja. Und jetzt? Jetzt kommst du hier rein oder was? Ich glaub es war eine Mythenakte. Mythenakte? okay dein telefon was ich so denn mein telefon keine ahnung es kam heute schenster verfluchte scheiße verdammt man was diese verdammten arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt um uns zu erschrecken wenn wir gerade zur sache kommen wollten hey ja penner ich meine euch ich weiß dass ihr da seid was für eine scheiße soll das sein geht ihr uns den spaß so wenig tja ratet mal euer pech ihr verdammt uns den spaß nämlich nicht weil michael und ich nämlich gleich ficken genau wir haben jetzt gleich sex und der wird echt heiß also genießt es denn wir werden das ganz sicher tun so eine scheiße geh vom fenster weg geh vom fucking fenster weg und zwar jetzt frohe weihnachten glaubst du wirklich die mädels haben mit uns kommuniziert keine ahnung ich weiß nicht ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht wir sollten es rausfinden ja wir sollten es rausfinden aber ich gucke noch mal ganz kurz dahintere weil da war ja diese gruselige frau und hier ist schon was was ich im letzten part nicht gefunden habe das war wirklich erschrocken aus bei der seance ja ich meine er sah aus als hätte er sich im griff aber hätten wir nicht über seine schwestern reden sollen ich meine deshalb wissen wir doch hier ja aber nicht so nicht wegen einer seance vielleicht war das echt zu viel what the fuck er halt ich habe es vergessen war das so oder okay okay weil da war gerade ein neuer hinweis hier ein brillen etui mit hennas initialen auf der rückseite hannah hat ihre brille an dem tag getragen an dem sie verschwand und wieso liegt es hier what the fuck irgendwie creepy oh sie friert voll wie ihre lippen einfach zittern schon heftig es tut alles gut häschle ganz ruhig es ist alles gut es gibt keine geister auch wenn vorher einer im letzten part hinter dir gestanden ist aber okay ja hier ist gar nichts wirklich absolut nichts und hier ist auch nichts mehr oder ja okay dann gehen wir runter ich finde es immer richtig cool dass ich die kerze so hin und her bewegen kann wie sie da läuft so äh alles klar ich bin gar nicht behindert aber moment vielleicht ist ja hier irgendwas wow das hat mich gerade voll erschrocken alter wie der da gerade her gelaufen ist so ich bring dich um okay ich bin noch scharf oder ja okay schau wir uns mal ein bisschen um hier oh what the fuck Wow, hast du das gesehen? Ja. Aber der Strom ist gar nicht dran. Schräg. Okay, ist irgendwie fucking gruselig, aber okay. Wir schauen weiter. Halt. Ich will erst mal schauen, was hier ist, ob ich die Türe aufmachen kann. Okay, hat sie erledigt. Gehen wir weiter. Komm schon. Wow. Ich drück gleich drauf. Ich will erst mal gucken. Vielleicht lag hier noch irgendwas und ich hab's übersehen. Mal weiß ich noch nie, gell? Okay, ich glaub, hier liegt wirklich nix mehr. Alter, Chris, lauf mir nicht die ganze Zeit hinterher. Hält's auch nicht Spaß. Okay. Dann sterben wir mal. Oh shit. Kann ich vielleicht mit Chris die Türe öffnen? Das versuch ich jetzt mal. Wo geht's eigentlich da lang? Ach so nirgends. Wow, okay. Das war fucking creepy, alter. Wieso ist jetzt die Türe aufgegangen? Oh. Was war das? Halt mal. Ich muss erst mal da rein. Ich muss erst mal da rein. Okay, ne fucking Kamera. Okay. Wow. Was? Was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschüssene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Henna und Beth gewartet. Okay. Heilige Scheiße. Beschützend. Hier ist nichts. Ehrlich, schau dir das an. Ich will ehrlich sein. Wie auch im letzten Part. Weil ich finde, beschützend, das bringt absolut gar nichts. Und ich will ja, dass alle überleben. Ich will nicht, dass irgendwie da nachher was rauskommt, dass irgendjemand stirbt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber... Sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Bethair? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Man kann ja mal überall gucken. Oh! Sieh einer an! Das habe ich auch nicht gefunden. 8. November 2013. Sehr geehrte Doktor Svefem, wer ist das? Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit dem Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen, wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Damals startet 21.17 Uhr. Hing beim Generator schuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Alles klar, Joshs Mutter. Wow. Da ist was. Ah, nee. Abgeschlossen? Wieso? Okay, ich habe echt Schiss gerade. Oh, shit. Okay, ganz ruhig. Es ist alles gut. Also, ähm, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Ähm, da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie, äh, wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte, 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 warte. Welcher Kerl? Der, der die Washingtons bedroht hat. Äh, er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Äh, und da war der ja irre Psychobrief. Chris, denn das deine Art ist, mich aufzumuntern. Bist du gefeuert? Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Hier kommt! Ashley! Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Ich! Was ist, wenn ich gar nichts mache? Ich mache mal gar nichts, okay? Ich mache mal nichts. Einfach gar nichts. Warten wir einfach mal. Jango Balls, Jango Balls. Lalalalalala. Lalalala. Werde! Werde! Okay. Hes! 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 Alles klar. Ich bin Sam. Ich bin Sam. Äh, Josh. Was für Sam, Alter. Okay. Oh, lecker Kaninchen. Danke, dass Sie mich zum Essen eingeladen haben. Sie missgeburt. Hallo. Mars. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Alles klar. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay, ich lasse mir Zeit. Aber ich werde den Part hier beenden, meine Freunde. Das mache ich dann im nächsten Part. Die Entscheidungen treffen. Das wird bestimmt spannend. Und sorry, ich war in dem Part irgendwie behindert. Wie immer eigentlich. Aber okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Also bis dann. Tschau.